Ernährungsweise für Herzkranke, was man essen und vermeiden sollte, um gesund zu bleiben. Mach keine Scherze mit deinem Herzen. Für Menschen mit Herzerkrankungen ist die Ernährung nicht nur eine Frage des Sattwerdens, sondern eine überlebenswichtige Strategie, um die Gesundheit zu schützen und gefährliche Komplikationen zu vermeiden. Die richtigen Lebensmittel zu wählen, könnte der Retter es sein, der Arterienverüngungen stoppt und das Risiko für Herzkrankheiten senkt. Also, lass uns herausfinden, was man bei Herzkrankheiten essen und meiden sollte. Erster Was sollte man essen? Obst und Gemüse Der grüne Wundertrink fürs Herz Obst und Gemüse enthalten nicht nur eine Menge Vitamine, sondern gehören auch zu den Lebensmitteln, die besonders gut fürs Herz sind. Sie sind zudem reich an Ballaststüffen, die helfen, das Cholesterin im Blut zu senken. Ein kleiner Tipp. Wähle Obst und Gemüse in vielfältigen Farben. Grün Grünkohl Kopfsalat Spinat Brokkoli Orange und Gelb Orangen Karotten Melonen Rot Äpfel Wassermelonen Drachenfrucht Weiß Rettich Weißkohl Blumenkohl Natürlicher Fruchtsaft Der Zaubertrink E, der nicht fehlen darf. Natürlicher Fruchtsaft hält den Körper nicht nur hydriert, sondern liefert auch wichtige Nährstoffe. Besonders gut fürs Herz sind Säfte aus Ananas, Orange, Zitrone, Mandarine, rote Trauben und Granatapfel. Wahre Kämpfer gegen Entzündungen und oxidativen Stress. Geflügel Der harte Konkurrent E von rotem Fleisch Wenn du Herzprobleme hast, Finger weg von fettem roten Fleisch. Setze stattdessen auf Geflügel wie Huhn, Ente oder Pute. Wähle magere Stücke und entferne die Haut, um gesättigte Fette zu reduzieren. Hülsenfrüchte Der Champion at der Eiweißlieferanten Erbsen, Sojabohnen, schwarze Bohnen und andere Hülsenfrüchte sind hervorragende Eiweißquellen und helfen dabei, ungesunde Lebensmittel zu vermeiden. Pflanzliches Eiweiß in Haupt- und Zwischenmahlzeiten einzubauen, kann das Herz stärken, ohne den Cholesterinspiegel zu belasten. Eier In Maßenölmedizin e fürs Herz Laut Studien kann der Verzehr von 1 bis 3 Eiern pro Woche das Risiko für Herzkrankheiten um bis zu 60% senken, und 4 bis 6 Eier könnten es sogar um 75% reduzieren. Eier enthalten viel Vitamin B2, B12 und Selin, was dem Herzen zugute kommt. Aber Vorsicht, nicht mehr als 7 Eier pro Woche essen. Vollkorn Der Retter für den Blutdruck Vollkornprodukte liefern Ballaststiffe, die helfen, den Blutdruck zu stabilisieren und das Herz zu stärken. Ersetze raffinierte Getreideprodukte durch Vollkornprodukte wie Vollkornbrot, braunen Reis und Haferflocken, um die besten Vorteile zu nutzen. Fisch und Meeresfrüchte Die goldenen Omega-3-Quellen Fisch und Meeresfrüchte sind voll von Omega-3-Fettsäuren, dem Ö-Wundermittel e fürs Herz, das das Risiko für Herzerkränkungen um bis zu 28% senken kann. Setze auf fettreichen Fisch wie Lachs, Thunfisch oder Makrele sowie auf Meeresfrüchte wie Garnelen, Krabben, Austern und Muscheln. Pflanzenöle Der unverzichtbare Herzschutz Pflanzenöle enthalten ungesättigte Fettsäuren wie Omega-6 und Omega-3, die den Blutdruck regulieren und Entzündungen entgegenwirken. Geeignete Öle für Herzkranke sind Rapsöl, Sojaöl und Erdnussöl. Fettarme oder entrahmte Milch Weniger Fett, mehr Gesundheit fürs Herz Fettarme oder entrahmte Milchprodukte enthalten weniger Cholesterin und gesättigte Fette, liefern aber dennoch die wichtigen Nährstoffe. Beginne langsam mit fettarmer Milch und wechsle dann vollständig zu entrahmter Milch, um dein Herz zu unterstützen. Zweiter was sollte man vermeiden? Rotes Fleisch Der Feind fürs Herz Rotes Fleisch enthält viel gesättigte Fette und Cholesterin, zwei Hauptfaktoren, die das Herz gefährden. Außerdem sind verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst, Konserven und gepökeltes Fleisch noch schlimmer, da sie viel Salz und Konservierungsstoffe enthalten, die den Blutdruck erhöhen. Fazit Für Herzkranke ist Ernährung mehr als nur eine Gewohnheit, sie ist eine Waffe, die das Herz schützt und das Risiko für Komplikationen senkt. Wähle die richtigen Lebensmittel und lebe gesund, damit dein Herz stark bleibt. Also, empfehlen Experten, dass Menschen mit Herzerkränkungen oder mit einem Risiko dafür am besten Önein zu rotem Fleisch und Salz sagen sollten. Besonders die tägliche Salzzufuhr sollte 5G nicht überschreiten, klingt wenig, kann aber einen großen Unterschied für das Herz machen. Warum? Natrium im Salz hält Wasser im Körper zurück, was den Druck auf die Blutgefäße erhöht und das Herz dazu bringt, härter zu arbeiten, um Blut zu pumpen. Das Ergebnis Bluthochdruck, Arteriosklerose und Schlaganfall all das, was man vermeiden möchte. Verarbeitete Lebensmittel Wissenschaftliche Studien weltweit zeigen, dass verarbeitete Lebensmittel stille Killer für die Herzgesundheit sein können. Diese Nahrungsmittel sind oft vollgestopft mit schlechten Cholesterin, Transfetten und ungesättigten Fetten, also reines Gift für den Körper. Außerdem verändern sich Lebensmittel während der Verarbeitung, was die Nährstoffaufnahme im Darm erschwert, ein falsches Sättigungsgefühl hervorruft, den Blutzickerspögel durcheinanderbringt und die Darmflora beeinträchtigt. Daher halten Sie sich möglichst fern von Produkten wie Wurst, Speck, Schinken, Pasteten und Dosenkonserven. Süßigkeiten Studien zeigen, dass Personen, die zwischen 10% und 24,9% ihrer täglichen Kalorien aus Zucker beziehen, ein 1,3 bis 2,75 mal höheres Risiko für Herzkrankheiten haben als diejenigen, die weniger als 10% Zucker konsumieren. Wie vermeidet man also die Zuckerfülle? Begrenzen Sie den Zuckerkonsum auf maximal 25 G pro Tag und meiden Sie Süßigkeiten, Kuchen, Bubble Tea und Softdrinks. Denken Sie daran, eine Dose Limonade enthält bereits mehr Zucker, als Sie an einem Tag zu sich nehmen sollten. Regelmäßiger Konsum von Limonade führt nicht nur zu Herzproblemen, sondern auch zu Übergewicht und Typ 2 Diabetes. Alkohol In Massengenossen, 14 G Alkohol pro Tag für Frauen und 14 bis 28 G pro Tag für Männer, kann Alkohol dem Herzen gut tun, da er hilft, den Herzschlag zu regulieren und Stress zu mindern. Aber Achtung! Übermäßiger Konsum, mehr als ein 196 G Alkohol pro Woche, kann Herz und Gehirn schaden. Also lassen Sie Ihr Herz nicht leiden, eh nur weil das Glas Wein oder Bier verführerisch ist. Industrie-Saußen Fertig-Saußen enthalten meist eine Mischung aus Konservierungsstoffen, Salz, Zucker und ungesättigten Fetten. Salz erhöht den Blutdruck, ungesättigte Fette steigern das schlechte Cholesterin. Und raffinierter Zucker in Soßen erhöht den Blutzäckerspögel und das Körpergewicht beides Risikoquellen für Herzprobleme. Konservierungsstoffe können zudem Entzündungen hervorrufen und die gesunden Darmbakterien beeinträchtigen, Was die Nährstoffaufnahme reduziert und die allgemeine Gesundheit, einschließlich der Herzgesundheit, schwächt. Kurz gesagt, jetzt wissen Sie, welche Lebensmittel Sie meiden sollten, um Ihr Herz gesund zu halten, oder? Neben einer gesunden Ernährung vergessen Sie nicht, regelmäßig Sport zu treiben, ausreichend Schlaf zu bekommen und jeden Tag in guter Stimmung zu bleiben. Bleiben Sie gesund und lebensfroh!